Das SharePoint-Berechtigungskonzept kann am besten mit Folien erklärt werden, die die Zusammenhänge übersichtlich aufzeigen. Auch Entscheider erfahren in diesem Video wichtige Details. Immer wieder begegnen mir irritierte Administratoren, die mich fragen, wo denn die Berechtigungen in SharePoint eingestellt werden. Gewohnheitsgemäß suchen sie nach Einstellungen für Berechtigungen in der Zentraladministration und werden dort nicht fündig. Das liegt daran, dass SharePoint einen anderen Ansatz für die Vergabe von Berechtigungen verfolgt und diesen wollen wir uns in diesem Video genau ansehen. Das Konzept von SharePoint ist es ja, dass ein Administrator über eine Web-Anwendung eine Website-Sammlung bereitstellt und in dieser Website-Sammlung dann Websites, Bibliotheken, Listen, Unterwebsites, untergeordnete Bibliotheken erstellt werden können, die dann letzten Endes den Inhalt nach draußen bringen. Für den Bereich bis zur Web-Anwendung ist die IT-Administration voll verantwortlich und übergibt im Folgenden eine Website-Sammlung in die Verantwortlichkeit eines Website-Sammlungsbesitzers. Die IT-Administration kann zwar Unternehmensregeln umsetzen, was im Übrigen in SharePoint 2010 neu hinzugekommen ist, indem sie auf Ebene der Web-Anwendung Benutzerrichtlinien vergibt, die dann für die gesamte Website-Sammlung Gültigkeit finden. Dies sollte jedoch der Ausnahmefall bleiben. In der Regel wird der verantwortliche Besitzer der Website-Sammlung dafür sorgen, dass innerhalb der Website-Sammlung die richtigen Berechtigungen vergeben wurden. Das bedeutet auch, das Vergeben der Berechtigung ist nicht mehr die Aufgabe des IT-Administrators. Wie weit kann man nun Berechtigungen in einer SharePoint-Struktur skalieren? Nach Übergabe der Website-Sammlung an den Besitzer der Website-Sammlung hat dieser zunächst volle Berechtigung voll Zugriff auf alle Elemente unterhalb dieser Website-Sammlung, denn SharePoint vererbt Berechtigungen in der Hierarchie nach unten weiter, ganz ähnlich wie am Datei-Server. Der Website-Sammlungsbesitzer kann nun an einer Stelle die Vererbung der Berechtigung unterbrechen, zum Beispiel eine untergeordnete Website für andere Personenkreise berichtigen, als die übergeordnete. Selbstverständlich kann auch für diese Website ein untergeordneter Website-Administrator ausgebildet werden, der dann die Berechtigungsvergabe in diesem Zweig nach unten übernimmt. Es handelt sich damit also um einen Delegierten des Website-Sammlungsbesitzers. Innerhalb einer Website kann die Berechtigungsvererbung auch auf Ebene der Bibliothek oder Liste unterbrochen werden, was bedeutet, dass unterschiedliche Bibliotheken und Listen unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche Benutzer gewähren. Die Berechtigungsvererbung kann bis auf Ebene des einzelnen Elements unterbrochen werden. Das bedeutet also, in SharePoint kann jedes Dokument, jeder Listeneintrag, also jeder Kontakt, jede Aufgabe, jedes einzelne Element, das Bestandteil einer Bibliothek oder Liste ist, ganz individuelle Berechtigungen bekommen. Ein klassisches Praxisbeispiel wäre zum Beispiel die Erstellung einer Liste für die Annahme von Support Requests aus den Benutzerabteilungen. Und es ist in diesem Fall ja nicht erwünscht, dass die Benutzer die Einträge von anderen Benutzern sehen, sondern jeder Benutzer soll nur die Einträge sehen, die er selbst erstellt hat. SharePoint zeigt konsequent durch das ganze System, auch in Suchergebnissen, nur die Elemente an, für die ein Benutzer Leseberechtigung oder mehr besitzt. Das bedeutet, es genügt, wenn ich eine einzelne Liste erstelle, in der alle Benutzer ihre Support Requests einstellen können. Und mit Hilfe zum Beispiel eines Workflows könnte ich nach Einstellung eines Support Requests den Ersteller des Elementes für Lese-Schreibrechte je nach Bedarf berechtigen. Was bedeutet, er bekommt in dieser Liste nur seine eigenen Einträge zu sehen, die Einträge, die er selbst erstellt hat, und nicht die Einträge, die andere zu Gesicht bekommen. Wir müssen also verstehen, dass die IT-Administration lediglich Richtlinien vorgibt, die unternehmensweit gültig sind, und die eigentliche bedarfsbezogene Berechtigungsverwaltung dann innerhalb der Websitesammlung vom Besitzer der Websitesammlung bzw. seinen Delegierten vorgenommen wird. Dementsprechend finden wir in der Zentraladministration auch keinerlei Befehle zum Verwalten der Berechtigung in Websitesammlungen, sondern wir müssen auf die Ebene der Websitesammlung zum Beispiel in die Website der obersten Ebene einsteigen und dort mit der Vergabe von Berechtigungen beginnen.